Um mit Aussagenlogik programmieren zu können und damit rechnen zu können, ist es sinnvoll, dass man die vielen verschiedenen Formen, die es in der Aussagenlogik gibt, für eine Formel in ein einfacheres Format überträgt, damit man nur wenige Fälle in seinen Algorithmen betrachten muss oder einheitlichere Verarbeitungen machen kann. Und diese Art der Vereinfachung erreicht man, indem man in der Aussagenlogik Normalformen bildet, wie wir sagen, also eine Normalisierung durchführt. Und darum soll es heute in dieser Vorlesung gehen, in diesem kurzen Video im aussagenlogischen Teil unserer Videoreihe zum Thema formale Sprachen und Automaten. Wie ich schon gesagt hatte, Normalformen sind besondere syntaktische Formen. Merkformen, mehr kann man dazu nicht sagen. Gibt es auch in anderen Logiken, gibt es auch in anderen Dingen, die Sie in der Informatik formal betrachten. Grammatiken zum Beispiel, ja, Chomsky-Normalform hatten Sie ja auch schon mal gehört. Sie heißen so, weil sich jede aussagenlogische Formel in eine äquivalente Formel in Normalform umformen lässt. In der Regel wollen wir eine eindeutige Darstellung haben oder eine ziemlich eindeutige. Es kann, ja, wobei das nie ganz stimmen wird, denn man kann bestimmte kleinere syntaktische Veränderungen immer vornehmen, ohne dass sich an der Formel etwas ändert. Aber es sollte zumindest für jede mögliche Formel eine Formel in Normalform geben. Ansonsten ist es keine Normalform für bestimmte Formen, sondern für einen Teil davon. Okay, wir werden hier drei verschiedene wichtige Normalformen kennenlernen. Die erste Negationsnormalform, dann kommt noch die konjunktive und die disjunktive Normalform. Vielleicht haben Sie auch das schon mal in anderen Vorlesungen gehört. Auch in der technischen Informatik sind manche Dinge davon von Bedeutung, um bestimmte Sachen zum Beispiel mit bestimmten Hardware-Operatoren ausdrücken zu können, die eben zur Verfügung stehen. Okay. Negationsnormalform. Negationsnormalform ist wirklich etwas ganz Einfaches. Wir sagen, eine Formel ist in Negationsnormalform oder kurz NNF. Wenn sie zwei Eigenschaften erfüllt, zu den einen sollte sie nur Jungton und oder und nicht enthalten und der Jungton nicht soll nur direkt vor Atomen vorkommen. Das heißt, es darf nur in Teilformeln der Form nicht P auftreten. Nichts anderes darf hier stehen als so ein P, was selbst eine Proposition ist, ein aussagelogisches Atom, eine Aussage. Formeln, die negierte oder nicht negierte Atome sind, nennt man literale. Da die in solchen Negationsnormalformen immer an unterster Ebene in der Formel vorkommen und die kleinsten Einheiten sind, die wahr oder falsch werden, haben die eine besondere Bedeutung und werden oft einheitlich verarbeitet. Ja, literale. Entweder eine Aussage wie P oder eben die Negation dieser Aussage, nicht P. Okay, das ist also die Negationsnormalform. Beispiel, da braucht es überhaupt ja. Also diese Formel hier wäre in Negationsnormalform, sie erfüllt all die Bedingungen. Die nächste Formel wäre nicht in Negationsnormalform. Die Negation kommt vor einer Teilformel vor, die nicht ein Atom ist, sondern eine zusammengesetzte Formel. Also Q oder nicht nicht P ist auch nicht in Negationsnormalform. Da kommt nicht nicht vor. Also das äußere nicht steht vor einer Formel, die selbst keine Proposition ist, sondern eine negierte Proposition. Und das hier mit dem Äquivalenzoperator ist auch keine Negationsnormalform. Der Operator ist gar nicht erlaubt. Also Sie sehen, es ist sehr einfach. Und das ist natürlich ein rein syntaktisches Konstrukt. Das hat nichts damit zu tun, ob man das in Negationsnormalform umschreiben könnte. Denn das kann man ja immer. Sondern es geht wirklich nur darum, welche Zeichen wie in der Formel verwendet werden. Okay, wie kann man dieses Umschreiben nun erreichen? Das ist ziemlich simpel und lässt sich mit einem einfachen rekursiven Algorithmus bewerkstelligen. Zunächst einmal wollen wir Operatoren, die nicht erlaubt sind, abschaffen. Implikationen und syntaktische Äquivalenz kann man einfach durch äquivalente Formeln ersetzen. So wie wir das im letzten Video besprochen haben. Das kann man an jeder Stelle, wo die auftreten, einfach tun. Und dann ist man diese Operatoren los. Man hat dann nur noch Konjunktion, Disjunktion und Negation. Man muss lediglich sicherstellen, dass die Negation ganz nach unten wandert. Und dafür verwendet man diese rekursiv definierte Umformung. Ich definiere nämlich eine Formel nnf von f. Also f ist die Eingabeformel und nnf ist die Funktion, die darauf angewendet wird. Rekursiv wie folgt. nnf von p ist gleich p. Propositionen werden einfach so gelassen. Da passiert nichts. Das ist der Grundfall oder einer der Grundfälle der Rekursion. nnf von einer Konjunktion f und g wird einfach dadurch aufgelöst, dass ich nnf auf f und auf g rekursiv anwende und das und dazwischen schreiben. Bei oder machen wir es genauso, schreiben oder dazwischen. Negation von Atomen, also Negation von p, wobei p eine Proposition ist, wird auch direkt so akzeptiert. Nicht p darf stehen bleiben, genauso wie bei dem positiven Fall p. Doppelde Negation nnf von nicht nicht f ist einfach das gleiche wie nnf von f. Die doppelde Negation löscht sich aus. Und für die negierte Konjunktion und die negierte Disjunktion verwenden wir die demorganschen Regeln. nnf von nicht f und g ist das gleiche wie nnf von nicht f oder nnf von nicht g. Man könnte also sagen, wir haben erst diese Formel durch die demorgansche Regel umgeformt in nicht f oder nicht g und dann diesen oberen Fall hier darauf angewendet. Okay, das ist also die ganze Ersetzung. Das kann man so auf jede beliebige Formel rekursiv anwenden. Dabei wandert die Negation nach innen. Man kann das schrittweise anwenden. Man kann auch mehrere Schritte auf einmal machen, natürlich. Wir werden das sehen. Machen wir mal ein Beispiel. Eine schöne Formel. p impliziert q impliziert p impliziert p. Was ist interessant an dieser Formel? Eigentlich nichts. Sie ist relativ uninteressant, wie wir gleich sehen werden. Aber das ist nach der Umformung leichter zu erkennen. Okay, also das hier eine Formel. Die äußerste Klammer habe ich wie vereinbart weggelassen, um ein bisschen Klammern zu reduzieren. Die anderen sind aber wichtig. Wenn Sie die Klammern anders setzen, dann steht hier was ganz anderes. Also Implikation ist nicht assoziativ. Das sollte man sich auch, kann man sich auch mal überlegen. Es gibt auch interessante Nicht-Äquivalenzen, die man nicht fälschlicherweise annehmen darf. Okay, die wollen wir jetzt in Negationsnormalform überführen. Was machen wir zuerst? Wir eliminieren zunächst die Implikationen. Und das kann ich in beliebiger Reihenfolge tun. Ich mache es mal angefangen mit diesem inneren Vorkommen hier. Das ersetze ich durch Nicht-P oder Q. Dann nehme ich mir das nächste von innen her gesehen vor. Da ist jetzt das die Prämisse und das die Konsequenz. Das ersetze ich auch wieder durch Nicht-Diesenteil oder P. Ihr seht, man muss aufpassen, dass man sich da nicht vertut, wenn man so etwas ausrechnet, dass man keine Rechenfehler dabei macht. Und dann kommt die äußerste Implikation hier noch auch wieder hier Nicht-Oder als Übersetzung. Okay, und jetzt habe ich eine noch komplexere Formel mit drei Negationen und drei Disjunktionen. Jetzt wende ich darauf die NNF-Transformation an. Die geht von außen nach innen. Rekursive Funktion. Eine rekursive Funktion bekommt das Ganze als Eingabe und berechnet dann den Funktionswert, indem sie auf Teilen davon Funktionswerte ausrechnet und diese zusammenführt. Das ist die Bedeutung von der Rekursion. Also wir beginnen mit NNF von diesem gesamten Gebilde. Jetzt kann ich überlegen, welcher Fall tritt hier ein. Was ist das für eine Formel? Naja, NNF von einer Disjunktion von P und einem anderen Ding, was eine Negation davorstehen hat. Aber dass da eine Negation steht, muss uns jetzt noch nicht stören. Erstmal ist das nur eine Disjunktion. Für solche Fälle haben wir gesagt, nehmen wir einfach die Disjunktion der Negationsnormalformen. Also ich wende NNF einzeln auf den ersten und den zweiten Teil an. Erster Teil ist eine Negation einer Disjunktion. Da muss ich den Morgan anwenden, umkehren, Negation reinziehen. Und hier, Propositionen bleiben einfach so stehen, da kann NNF wegfallen. Also erster Teil, der Morgan und zweiter Teil von dem Morgan, zweimal negiert. Hier ist also ein Negationszeichen hinzugekommen, nach innen gewandert. Und hier hinten, das P bleibt einfach so stehen. So gehe ich jetzt weiter. Hier habe ich das, der zweite NNF-Teil ist leicht aufgelöst. Der wird einfach weggelassen. Das ist ein Literal, das darf stehen bleiben. Hier, der Teil hat eine doppelte Negation, die darf ich löschen. Und dabei lasse ich gleich die äußeren Klammern weg. Steht also noch NNF von nicht P oder Q. Und das ist wieder eine Disjunktion, die ich so umsetzen kann. Und dabei, wenn ich das tue, setze ich die Klammern wieder nach außen. Da passe ich auf, weil hier ein UN steht. Da kann ich hier einfach die Klammern weglassen. Und habe dann noch nicht P und Q. Und das sind wieder Literale, die ich so gleich behalten darf. Also das heißt, die Formel sieht dann insgesamt so aus. Und jetzt sehen Sie schon ein bisschen mehr vielleicht. Die Formel, die hier steht, ist nicht P oder Q und nicht P oder P. Also irgendetwas und P und nicht P oder P soll hier gelten. Und dieses irgendetwas hat selbst wieder nicht P oder Q im Inneren. Und Sie sehen leicht, dass das Ganze hier dann eine Tautologie ergibt. Das heißt, dass also unter beliebigen Belegungen diese Formel immer wahr wird. Und das macht sie gleichzeitig interessant und uninteressant. Also semantisch sagt sie gar nichts aus. Eine Tautologie ist etwas, was stets wahr ist, was also keine Informationen liefert. Wenn ich zum Beispiel eine Tautologie in meinen Annahmen hinzufüge, dann ändert sich nichts. Etwas, was immer wahr ist, verschärft meine Annahmen kein bisschen. Wenn ich zum Beispiel so Doku modelliere, dann sollte hoffentlich keiner der Formeln, die ich dabei bilde, eine Tautologie sein. Sonst hätte ich sie auch gleich weglassen können. Trotzdem ist es immer wieder interessant, denn Tautologien, gerade wenn sie Implikationen enthalten, haben natürlich auch, sagen uns natürlich auch etwas überlogische Konsequenzen aus. Können von der Tautologie ja wieder Deduktionstheorien anwenden. Und dann wissen Sie, dass aus einer bestimmten Vorbedingung P folgen würde, zum Beispiel. Okay. Gut. Das ist also erstmal die Negationsnormalform von dieser geschachtelten Form. Okay. Hier nochmal zur Wiederholung, wie das Ganze aussah, diese rekursive Funktion, weil ich darauf vielleicht nochmal zurückkommen will, die Definition, wie sie hier gegeben ist. Wir schauen sie uns nochmal kurz an und merken uns, wie alles war. Wir haben ja im Prinzip sieben Fälle. Drei für nicht negierte Formeln und vier für negierte Formeln, wobei die doppelte Negation der zusätzliche Fall ist, der hier oben gar nicht vorkommt, sozusagen. Und alle anderen für die jeweiligen analogen Fälle nur mit Negation davor stehen. Okay. So ist das definiert worden. Und jetzt müssen wir uns fragen, ist das ein korrekter Algorithmus? Funktioniert der, ja. Und das ist hier relativ leicht zu sehen, aber es kommt natürlich diese Frage sehr oft auf in der Informatik. Ist der Algorithmus, mit dem wir arbeiten, korrekt? Funktioniert der bei Umformungsalgorithmen, bei irgendwelchen anderen Sachen? Und es ist gut zu wissen, auch wenn natürlich die Gründe, warum ein bestimmter Algorithmus korrekt ist, immer andere sind und recht kompliziert sein können, ist es trotzdem ganz gut zu wissen, was die grundsätzlichen Dinge sind, die man überprüfen sollte, wenn ein Algorithmus korrekt sein soll, um sicherzustellen, dass er funktioniert. Erste Fragestellung, Wohldefiniertheit, habe ich das hier genannt, deckt die Rekursion wirklich jeden Fall ab. Es wäre unglücklich, wenn bei der rekursiven Behandlung der Formeln irgendwann eine Formel auftauchen könnte, für die kein Fall zutrifft. Das sollte nicht passieren, ansonsten wird unsere rekursive Definition stecken bleiben, was wir natürlich nicht wollen. Man kann leicht überprüfen, dass das so ist. Wir haben im Prinzip alle Möglichkeiten, nämlich eine atomare Formel, eine Konjunktion, eine Disjunktion und eine Negation, wobei wir sagen können, der Fall mit der Negation ist noch einmal, je nachdem, was da negiert wird, in vier Unterfälle aufgespalten. Und die vier Unterfälle sind wieder atomare Formel, Disjunktion, Konjunktion, Negation. Und damit sehe ich also, alle Fälle sind da drin enthalten. Und es ist auch leicht zu sehen, dass hier der Fall nur einmal vorkommt, dass es keine überlappenden Fälle gibt. Okay, Wohldefiniert ist unsere Negationsnormalform. Zweite wichtige Eigenschaft für einen Algorithmus, damit er nützlich ist, uneingeschränkt zumindest, ist sichergestellt, dass die rekursive Berechnung terminiert. Rekursion hat immer diese Selbstbezüglichkeit. Man ruft die Funktion auf sich selbst auf. Und die Gefahr dabei ist natürlich stets, dass man das immer wieder tut und dabei zu keinem Ende kommt, in eine Endlosschleife gerät. Im Prinzip rufe ich ja in jedem Schritt wieder etwas auf, was die Komplexität des Programmes beinhaltet. Ich muss also irgendwie sicherstellen, dass das Ganze zum Schluss kommt. Ist das hier sichergestellt? Warum ist das sichergestellt? Naja, also es ist sichergestellt natürlich. Und der Grund ist ganz einfach, dass die Argumente, die ich meiner NNF-Funktion übergebe, in jedem rekursiven Schritt kleiner werden. Ich nehme mir immer einen Teil des Inputs und wende darauf NNF an. Wenn überhaupt. Manchmal lasse ich NNF auch einfach weg. Ja? Also, Terminierung. Ja, denn NNF wird in jedem Rekursionsschritt auf Formeln angewendet, die insgesamt weniger Jungtoren haben als zuvor. Und das gilt bei allen Fällen, auch mit dem Organ können Sie leicht nachprüfen. Okay, Terminierung ist da, Wohldefiniertheit ist da. Was fehlt noch? Naja, sie sollte das Richtige berechnen. Ja, Korrektheit. Ist das Ergebnis dieser Umwandlung in NNF? Durch Wohldefiniertheit und Terminierung wissen wir schon, dass das Ganze ein Ergebnis haben muss. Also egal, worauf ich das anwende, wenn es eine Formel ist, die nur diese drei Operatoren beinhaltet, wie vorher gefordert, dann muss das Ganze irgendetwas als Ergebnis ausspucken. Die Frage ist also nur noch, ist dieses Ergebnis, wenn irgendwann diese Berechnung zum Schluss kommt, auch in Negationsnormalform. Da gibt es mehrere Teile, die man beantworten muss. Zum einen, ja, denn die Negation kann, wenn das Ganze terminieren soll, nur noch in Literalen vorkommen. Also der einzige Fall, in dem ein Ausdruck mit Negation stehen bleibt, ohne dass NNF noch weiter angewendet wird, ist dieser Fall, bei dem nicht P als Literal übrig bleibt. Und das ist erlaubt, das darf vorkommen. Und zweite Frage natürlich auch, ist das Ergebnis semantisch äquivalent zur Eingabe? Also könnte ja sein, ich erhalte eine NNF nach, das terminiert und ist auch wohl definiert, aber die NNF, die ich erhalte, ist eine ganz andere, gehört überhaupt nicht zu der Formel, mit der ich angefangen habe. Das wäre auch kein korrekter Algorithmus. Ist es also semantisch äquivalent? Und die Antwort ist auch hier natürlich wieder ja. Und das müsste man eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, durch eine Induktion zeigen. Das ist jetzt vielleicht überraschend, wenn Sie mitgedacht haben, denken Sie vielleicht, das ist doch eigentlich recht leicht zu sehen, dass es äquivalent ist. Es reicht doch eigentlich zu sehen, dass die Umformung in jedem Schritt äquivalent ist. Gehen wir nochmal kurz zurück, schauen uns das Ganze an. Umformung in jedem Schritt ist die Äquivalent. Naja, das Problem ist, NNF von F und G ist äquivalent zu NNF von F und NNF von G. Kann ich nicht so einfach sagen, weil ja hier noch ein NNF drin vorkommt. Also ich kann die genaue Äquivalenz noch nicht feststellen. Ich müsste erst wissen, was hier herauskommt. Aber was ich sagen kann, ist, dass wenn ich schon weiß, dass F äquivalent ist zu NNF von F und wenn ich schon weiß, dass G äquivalent ist zu NNF von G, dann kann ich mit diesem Wissen auch zeigen, dass F und G äquivalent ist zu NNF von F und G. Also die Semantik ändert sich oder die Bedeutung wird in jedem Schritt erhalten, wenn ich schon weiß, dass die Teilschritte, die danach noch kommen, die Bedeutung nicht mehr verändern. Und wenn man das zeigen möchte, dann braucht man im Prinzip ein Induktionsargument. Das ist eins, was für beliebig viele Schritte, vorher weiß ich ja nicht, wie lange es dauern wird, beliebig viele Schritte mir sicherstellt, dass die Korrektheit bewahrt wird. Ich habe hier im ganz Kleingedruckten die vollständige Induktion, also keine vollständige Induktion, sondern den vollständigen Induktionsbeweis für diese strukturelle Induktion über der Struktur der Formeln für sie aufgeschrieben. Auch ganz einfach, ja. Im Prinzip, also wir sehen ja, braucht nicht viel Platz. Aber technisch gesehen ist das ein Induktionsargument, bei dem man die Äquivalenz vom Kleinen zum Großen hochzieht, bis man für alle beliebig großen Formeln gezeigt hat, dass NNF auf ihnen zu einer äquivalenten Form führt. Okay, all das haben wir geprüft, all das haben wir validiert, check, check, check. Und damit können wir jetzt hinschreiben, Satz, jede Formel kann in lineare Zeit in eine äquivalente Formel NNF umgewandelt werden. Lineare Zeit, das ist ein Nebenergebnis meines Terminierungsarguments. Also die Anzahl der Jungtoren verändert sich in jedem Schritt, wird immer kleiner. Und ich habe am Anfang nur linear viele davon. Also das heißt, ich habe nur linear viele Schritte. Also lineare Zeit. Okay, das ist die Korrektheit. Und Sie sehen, was alles dazugehört. Und man sollte nichts vergessen, wenn man jetzt einen neuen Algorithmus aufstellt, sollte man nicht einen Teil davon außer Acht lassen. Man könnte die anderen zeigen und zufrieden sein. Und dann merkt man, da fehlt eigentlich noch was. Und vielleicht ist das dann wirklich auch an irgendeiner Stelle nicht korrekt. Okay, gut. NNF kann man also bilden. Negationsnormalform funktioniert. Dann möchte ich jetzt noch zum Abschluss über die konjunktive und disjunktive Normalsform sprechen. Sie erinnern sich, Literale waren negierte oder nicht negierte Atome. Das kommt jetzt gleich in die Definition. Oberer Kasten. Eine Formel F ist in konjunktiver Normalform KNF. Wenn sie eine Konjunktion von Disjunktionen von Literalen ist. Das heißt, wenn sie die folgende Form hat. L1,1 oder L1,2 oder Punkt, 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 oder, oder L1, M1. Und L2,1 oder L2,2 oder, oder, oder L2, M2 und Punkt, 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 Punkt. Bis irgendwann LN1, LN1, LN2, LN, MN. So soll die Formel aussehen. Und mit diesen doppelten Subskripten hier, M1, M2, MN, will ich ausdrücken, dass jede dieser disjunktiven Teilformeln unterschiedlich lang sein darf. Ja, also es können hier weniger L1 vorkommen als L2 zum Beispiel. Okay. Und diese Ls sollen jeweils Literale sein. Man nennt eine solche Disjunktion, aus denen diese konjunktive Normalform hier besteht, eine Klausel. Okay. Das ist also konjunktive Normalform, eine Konjunktion von Disjunktionen von Literalen. Disjunktive Normalform, DNF, ist genau das Duale. Ich vertausche also einfach nur Konjunktion und Disjunktion. Es ist also eine Disjunktion von Konjunktionen von Literalen, hat also die analoge Form nur eben mit vertauschten Junkturen. In diesem Fall wird eine Konjunktion von Literalen auch ein Monom genannt. Das ist, Monom ist meiner Meinung nach ein sehr viel weniger gebräuchlicher Begriff als Klausel. Klauseln gibt es in vielen Anwendungsbereichen. In der Logik braucht man Klauseln. Monome sind ein bisschen exotischer, aber nun, so werden sie eben genannt. Gut. Konjunktive und Disjunktive Normalform, zwei mögliche Normalformen, die sich sehr ähneln. Wie kann man die nun bilden? Erste Möglichkeit. Es gibt noch mehr als die, die ich Ihnen nennen will. Aber erste Möglichkeit hier. Man kann KNF und DNF direkt aus der Wahrheitswertetabelle ablesen. Das sehen wir hier am Beispiel. Die Wahrheitswertetabelle für nicht P syntaktisch äquivalent zu Q. Für die verschiedenen Belegungen haben Sie hier die jeweiligen Wahrheitswerte, die sich dort ergeben. Und jetzt könnten Sie die disjunktive Normalform direkt ablesen, indem Sie jede Zeile betrachten, für die der Wert 1 entsteht. Und für jede dieser Zeilen bilden wir jetzt ein Monom, das alle Atome enthält. Also es ist eine Konjunktion, in der P und Q vorkommen müssen. Aber die Atome, die den Wert 0 erhalten, werden negiert. Und die anderen nicht. Hier im Beispiel also P und nicht Q. Das ist die erste Zeile. P und nicht Q. Oder nicht P und Q. Und das ist auch hoffentlich intuitiv. Also damit diese Formel wahr wird, muss einer dieser beiden Fälle eintreten. Und der erste Fall tritt ein, wenn P wahr ist und Q nicht wahr ist. Und der zweite, wenn P nicht wahr ist und Q wahr ist. Und das kann ich so aufschreiben. So kann man es allgemein machen. Konjunktive Normalform kann ich ebenfalls bilden aus der Wahrheitswerttabelle. Da betrachte ich jede Zeile mit Wert 0. Also die anderen beiden gerade. Und wir bilden für diese beiden Zeilen eine Klausel mit allen Atomen jeweils. Wobei genau die Atome mit Wert 1 negiert werden. Also wir negieren genau die anderen. Das heißt, die haben beide den Wert 0. Sie werden nicht negiert. Das heißt, es entsteht P oder Q. Und nicht P oder nicht Q. Was ist die Idee hier? Ja, damit die Formel wahr wird, darf dieser Fall nicht eintreten. Und dieser Fall darf ebenfalls nicht eintreten. Und dieser Fall tritt nicht ein, wenn einer dieser beiden Werte nicht gegeben ist. Also wenn P oder Q gilt, dann ist diese Zeile nicht die richtige. Diese Zeile kann nicht auftreten, wenn einer dieser Werte nicht eintritt. Also wenn nicht P oder nicht Q gilt. Und falls also keiner dieser Nullwerte eintritt, dann muss die Formel wahr sein. Also konjunktive Normalform gebildet. Okay. Also Sie sehen, das Ganze ist sehr dual und sehr symmetrisch, diese beiden Dinge. Und sollte hoffentlich Sinn ergeben, wenn man so drüber nachdenkt. Okay. Erste Methode. Wie kann man es noch bilden? Natürlich kann man auch syntaktisch durch Umformungen zu einer solchen Normalform kommen. Und zwar erzeugt man dazu zunächst die Negationsnormalform NNF und wendet anschließend Distributivgesetze an. Das ist oft direkter und vor allem schneller, als wenn man die ganze Wahrheitswerttabelle aufschreibt. Sie wissen, Wahrheitswerttabellen werden sehr schnell, sehr groß. Distributivgesetze anwenden ist manchmal effizienter. Welches? Was war das Distributivgesetz? Ja, das Ausmultiplizieren von einem Operator über dem anderen. F oder G und H ist äquivalent zu F oder G und F oder H. Das ist das Relevante für die konjunktive Normalform, denn es bringt uns dazu, dass die Disjunktion, die außen ist, nach innen wandert und die Konjunktion nach außen. Diese Art von Vertauschung müssen wir so oft durchführen, bis alle Disjunktionen innen sind und alle Konjunktionen außen. Und dabei müssen wir versuchen, nicht durcheinander zu kommen und irgendwelche Klammern falsch zu setzen oder anderweitig die Formeln zu verändern. Okay. Das möchte ich jetzt machen. Ich habe hier das Distributivgesetz mal eingefärbt, damit Sie die verschiedenen Teile besser unterscheiden können. Und jetzt möchte ich das auf diese Formel hier anwenden. P und nicht Q oder nicht P und Q. Das ist also genau das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen. Das wäre also die disjunktive Normalform einer Formel. Wir wollen sie aber konjunktiv haben. Das heißt, wir müssen einiges tauschen. Okay. Wie machen wir das? Naja, wir müssen festlegen, wir haben hier eine Disjunktion und das ist das, worauf das Distributivgesetz ist. Das Distributivgesetz angewendet werden kann. Aber die Disjunktion hat auf beiden Seiten Konjunktionen. Das heißt, wir müssen jetzt festlegen, welche davon das F ist und welche davon G und H. Das mache ich jetzt wie hier eingefärbt. Und wende das Gesetz dann an und erhalte die neue Formel, bei der F zweimal vorkommt jetzt. Und der F ist jetzt diese große Teilformel hier. Und G und H jeweils einmal. Das ist mein Nicht-P und mein Q. Okay. Jetzt fahre ich fort. Ich kann jetzt wieder bei diesen Ausdrücken hier, die beides Disjunktionen sind und damit noch nicht ganz außen stehen, wieder die entsprechende, das Distributivgesetz anwenden. Das darf man natürlich auch dann, Disjunktionen ist kommutativ, das dürfen Sie also auch dann, wenn das F hinten steht und das G und H vorne, wie hier zum Beispiel. Also hier würde ich es so machen. G und H sind die, F ist das Nicht-P und ich schreibe es jetzt so. P oder Nicht-P und Nicht-Q oder Nicht-P. Und der hintere Teil ist erstmal unverändert geblieben. Den habe ich noch nicht verwandelt. Da kann ich jetzt auch noch das Distributivgesetz darauf anwenden. Und dabei wird wieder das Q eingezogen in die Klammer und dabei tauschen und und oder die Rollen. Okay. Und jetzt sieht das Ganze schon ganz gut aus. Oder und oder und oder und oder. Ja, also das ist eine konjunktive Normalform. Und Sie sehen, man hat hier einige Dinge, die unnötig sind. Ja, also P oder Nicht-P steht hier und Q oder Nicht-Q, das sind natürlich Dinge, die tautologisch sind. Ja, also das ist immer wahr und das brauche ich eigentlich nicht dazuschreiben. Könnte ich jetzt semantisch vereinfachen. Aber die disjunktive Normalform ist erstmal diese, wenn man nur das Distributivgesetz anwendet. Wenn ich jetzt noch vereinfachen wollte, müsste ich andere Gesetze anwenden. Also zum Beispiel eben die Gesetze über die Wahrheit und in dem Fall und das Verhalten von Wahrheit in Zusammenhang mit Konjunktion. Okay. Gut. Und dann hätten Sie auch mit dem, was übrig bleibt, genau die konjunktive Normalform, die ich auf der vorigen Folie auch direkt aus der Wahrheitstabelle abgelesen habe. In dem Fall wäre die Wahrheitstabelle wahrscheinlich die einfache Lösung. Also okay, disjunktive Normalform können Sie ebenso bilden, auch syntaktisch, einfach mit dem anderen Distributivgesetz, was also die Konjunktion, die außen steht, nach innen bringt und die Disjunktion nach draußen. Okay, ganz einfach. Okay. Das sind also zwei Möglichkeiten, wie man eine solche Normalform bilden kann. Und wenn wir das jetzt in Algorithmen verwenden wollen, müssen wir uns natürlich fragen, sind das gute Algorithmen? Gut sind sie korrekt, könnte ich jetzt fragen. Das ergibt sich relativ leicht, ja, kann man sehen. Wir verwenden, zumindest bei der Umformung, die ich jetzt als zweites gezeigt habe, kann man das leicht sehen, da verwende ich nur semantische Äquivalenzen. Und damit habe ich auf jeden Fall was Äquivalentes erzeugt. Und man sieht auch relativ einfach, dass das terminieren wird, dass da ja immer die Operatoren nach innen oder nach außen wandern, die ich dort haben möchte. Also es bewegt sich alles in die richtige Richtung. Das müsste man natürlich noch ein bisschen formaler machen, aber man kann doch recht leicht sehen, dass das nicht ewig so weitergehen wird, die Umformung. Okay. Das funktioniert. Die Frage ist jetzt aber, wie effizient ist das Ganze? Sind das in dem Sinne gute Algorithmen, dass sie auch schnell laufen? Und da sieht man leicht, so einfach ist das nicht. Wenn ich die Wahrheitswertetabelle als Grundlage nehme, dann habe ich ja schon einmal exponentiell viele Zeilen. Das ist also nicht so gut. Denn exponentiell ist eine große Zahl. Bei zwei oder drei geht das mal noch. Aber wenn Sie tausend Variablen haben, wie oft in praktischen Problemen oder eine Million oder zehn Millionen, sehen Sie, dass man sehr schnell viel zu viele Zeilen erzeugt. Und das heißt, das ist keine gute Methode, keine praktische Methode. Denn nicht nur braucht sie exponentiell viel Zeit, sie braucht garantiert mit Sicherheit exponentiell viel Zeit. Also Sie müssen die gesamte Tabelle aufstellen und die hat immer so viele Zeilen. Da gibt es keine Abkürzungen. Sogar dann, wenn die Probe schon in konjunktiver Normalform vorliegt. Oder nur einen Schritt in der Distributivgesetzanwendung verlangen wird. Okay, das ist also nicht der beste Algorithmus. Wie sieht das aus mit dem Distributivgesetz? Naja, die Legationsnormalform ist effizient. Das hat eine lineare Größe. Da passiert ja nicht viel. Wir schieben nur die Negation nach innen. Aber das Distributivgesetz, das ist auch wieder gefährlich. Denn wie Sie gerade schon im Beispiel gesehen haben, verdoppelt das die Vorkommen mancher Formeln. Das F in der bunt eingefärbten Version wird immer zweimal geschrieben, nachdem ich das umgeformt habe. Und wenn ich in einem Schritt eine bestimmte Teilformel verdopple und dann viele Schritte anwende und in jedem Schritt verdopple, dann sieht man leicht, da gibt es ein Potenzial für exponentielles Wachstum. Mal zwei, mal zwei, mal zwei, mal zwei. Zwei hoch die Anzahl der Schritte. Ist das wirklich so? Gibt es diese Gefahr in der Praxis? Oder ist das bloß jetzt, weil wir das zu hastig überdacht haben, dass wir denken, das könnte ein Problem werden? Naja, man kann auch ein Beispiel finden, in dem das konkret auftritt. Nämlich ein solches. Das ist sozusagen das Gegenstück zu einer konjunktiven Normalform. Eine disjunktive Normalform, die so unglücklich wie nur möglich ist für die Bildung einer KNF. Sie haben also Konjunktionen A1 und B1 oder A2 und B2 oder A3 und B3 bis An und Bn. Also lauter kurze Konjunktionen in einer langen Disjunktion. Wenn Sie das jetzt in eine KNF umwandeln, dann finden Sie, dass das Ganze so aussehen muss. A1 oder A2 oder Punkt, Punkt, Punkt bis A oder A1. Alles nur A's. Und B1 oder A2 oder A3 bis An und 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 bis letztlich hier steht B1 oder B2 oder Punkt, 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 Bn. Alle möglichen Kombinationen von A's und B's an den Stellen 1 bis n müssen hier irgendwo vorkommen in dieser Liste. Das heißt, Sie haben wirklich hier zwei hoch n Klauseln mit allen möglichen Kombinationen. Und das heißt, auch diese konjunktive Normalform ist exponentiell groß. Das heißt, es ist nicht nur die Anzahl der Zeilen in der Wahrheitswerttabelle, die vielleicht eine besonders unglückliche Art sind, diese Form zu ermitteln. Sondern es ist auch tatsächlich so, es gibt Beispiele, in denen die kleinste mögliche konjunktive Normalform an sich schon exponentiell ist. Und dann ist natürlich auch klar, dass kein Algorithmus weniger Zeit brauchen kann. Wenn das Ergebnis schon so groß ist, dann werden Sie auch so viele Schritte brauchen. Oder Schritte brauchen, die so lange rechnen. Allein schon, um die Zeichen hinzuschreiben, müsste man so viel Zeit verbrauchen. Okay, das ist also auch ungünstig. Und wir sehen, dieses relativ einfache syntaktische Problem, bilden Sie eine konjunktive Normalform, ist bei weitem nicht so einfach wie das Problem, bilden Sie eine Negationsnormalform. Und kann also auch schon eine Schwierigkeit darstellen. Das ist eigentlich etwas, was wir in der Regel vermeiden wollen. Syntaktische Normalisierungen sollten keine besonders rechenaufwendigen Operationen sein. Meistens sind das so Vorverarbeitungen, die ich mache, bevor mein Algorithmus überhaupt anfängt, richtig zu arbeiten. Die sollten nicht schon so viel Zeit verbrauchen. Und tatsächlich gibt es eine Möglichkeit, das Problem zu lösen. Und diese Möglichkeit funktioniert in den praktischen Fällen sehr gut. Und zwar ist die Idee, dass man nicht darauf besteht, dass man eine konjunktive oder disjunktive Normalform wirklich findet. Sondern man kann zumindest für die konjunktive Normalform einen Trick anwenden, indem man Hilfsvariablen einführt. Für die DNF geht das nicht, aber für die KNF geht das. Das heißt, wie hier kleingeschrieben steht, es gibt eine polynomielle Formel in KNF mit zusätzlichen Variablen, die, und das steht schon in Anführungszeichen, bezüglich der Variablen der ursprünglichen Formel semantisch äquivalent ist. Das heißt, über das, was in der ursprünglichen Formel überhaupt vorkam, sagt sie dasselbe aus. Und dann hat sie noch ein paar Hilfsvariablen, die auch irgendwie belegt werden müssen. Wie kann das funktionieren? Naja, wir nehmen mal unser gemeines Beispiel von gerade eben. Das ist diese lange Formel, die exponentiell große KNF erfordert. Die Idee ist jetzt einfach, dass ich neue Variablen einführe, die ich hier mit CI bezeichne, C1, C2, C3 und so weiter, dass ich diese neuen Variablen einführe als Platzhalter für einen größeren Teil der Formel. Das heißt also, ich gebe einem längeren Teil der Formel einen neuen Namen und definiere dann mithilfe von anderen logischen Formeln, dass dieser neue Name genau dieser ersetzten Formel entspricht. Wie sieht das aus? Ich schreibe diese große Formel um. Die beginnt mit A1 und B1 oder A2 und B2 und so weiter. Ich schreibe die um in A1 und B1 oder C1. Das heißt, der ganze hintere Teil wird ersetzt durch C1. Das kann ich machen, das ist aber natürlich nicht äquivalent, weil C1 ist ja nicht definiert. Das ist jetzt einfach nur irgendein Wert und hat mit A2 bis Bn nichts zu tun. Deshalb schreibe ich zusätzlich, dass C1 äquivalent ist zu A2 und B2 oder C2, also zu dem hinteren Teil oder C2. Und C2 ist äquivalent zu A3 und B3 oder C3 und so weiter und so fort, bis ich irgendwann ankomme bei der Stelle, wo ich es schlagen kann, Cn minus 1 ist äquivalent zu An und Bn. Also es ist jedes Mal so, als habe ich einen immer kürzeren Teil von Disjunktionen, der hier noch übrig ist, mit einem neuen Namen versehen und dann eine Äquivalenz geschrieben, um die Gleichheit, die semantische Gleichheit von dieser neuen Variable C1 und dieser ersetzten Formel zuzusichern. Okay, ist das eine äquivalente Umformung? Naja, nicht ganz. Es ist nicht äquivalent, weil nicht für alle Wertzuweisungen hat die Originalformel und die umgeschriebene Formel den gleichen Wahrheitswert. Warum nicht? Naja, weil für die erstursprüngliche Formel ist es völlig egal, welchen Wert C1 bis Cn minus 1 haben. Könnten wahr oder falsch sein. Aber die neue Formel erfordert, dass die Werte von Cn minus 1 und C2 bis 3 und all diesen Cs jeweils sich ergeben aus den Werten für andere Teilformeln. Also Cn minus 1 zum Beispiel muss immer wieder genau den gleichen Wahrheitswert haben wie An und Bn. Das heißt, man kann eine gute Belegung finden, wenn man eine Möglichkeit hat, diese Formel wahrzumachen, dann findet man auch eine Möglichkeit, diese Formel wahrzumachen, indem man einfach sicherstellt, dass Cn minus 1 den gleichen Wahrheitswert hat wie An und Bn und dieser Wahrheitswert in dieser Zuweisung und dann geht man von hinten so durch. Aber das ist eben nur eine mögliche Belegung für die C1. Also wenn man die Ci richtig interpretiert, dann erhält man die Wahrheit dieser Formel. Oder mit anderen Worten, ich könnte zumindest sagen, die Umformung erhält die Erfüllbarkeit. Und wenn die originale Formel erfüllbar ist, dann ist auch die umgeschriebene Formel noch erfüllbar, mit der richtigen Belegung für die Cs. Das ist also eine mögliche Umformung. Und was haben wir jetzt am Ende gewonnen? Naja, wir haben natürlich hier noch keine konjunktive Normalform. Hier kommen ja immer noch unerlaubte Zeichen vor zum Beispiel und die Konjunktion geschachtelt und so weiter. Aber ich kann jetzt diese umgeschriebene Formel in KNF umformen. Und man sieht leicht, das ist ja schon eine Konjunktion von verschiedenen Dingen. Diese Konjunktionszeichen stehen schon ganz außen. Mit denen passiert nichts mehr. Die Umformung passiert nur noch in den Teilformeln. Also ich müsste diesen Teil in KNF umschreiben und diesen Teil und diesen Teil. Und alle anderen Teile, die hier mit Punkten gekennzeichnet sind und letztlich diesen Teil. Aber man sieht, jeder dieser Teile hat höchstens vier Variablen. Das sind kleine Formeln. Und auch wenn ich hier ein bisschen was umschreiben muss, ist das, was dabei herauskommt, syntaktisch immer von einer bestimmten Größe. Es wird die Größe nicht überschreiten, die für diese mittleren Formeln, die die längsten sind, nötig wäre. Das heißt also, jeder Teil dieser n Teile lässt sich in einer beschränkten KNF-Größe darstellen als KNF. Und wenn ich diese ganzen KNF zusammenfüge mit und, dann habe ich die KNF für das Ganze. Das heißt, diese Gesamt-KNF ist einfach nur polynomiell. Denn jeder dieser Teil-KNF ist klein, ist von einer beschränkten Größe. Und ich habe davon nur linear viele. Nichts wird exponentiell sich vergrößern. Okay, das ist also ein Trick. Einführung neuer Namen für Teilformeln, die man durchaus multiplizieren, ansonsten zu oft wiederholen würde. Ja, okay. Soweit, so gut. Das wollte ich Ihnen nur als Ausblick geben. Ja, es ist tatsächlich so, in den meisten Einführungsvorlesungen, in den meisten ersten Einleitungen ins Thema Logik, wird es den Studenten aufgegeben, einfach stupide die Distributionsgesetze anzuwenden. Und das wird auch in der Regel funktionieren, ohne dass man exponentiell große Ergebnisse erreicht. Das heißt, die Aufgaben werden auch so gestellt sein. Aber wenn Sie natürlich in der Praxis, wenn Sie mal einen Algorithmus implementieren wollten, dann kann man das nicht empfehlen. Ja, wenn Sie das so direkt implementieren würden, dann würde dabei in manchen Fällen eine riesige Formel entstehen, die Sie sicherlich vermeiden wollen. Wenn man natürlich so einen Trick anwendet mit Umbenennung, muss man immer sich überlegen, für die Verwendung, die ich vorgesehen habe, für die konjunktive Normalform, ist es da überhaupt okay? Also ist da diese Einführung neuer Variablen ein Problem oder kann ich mir das erlauben? Oder anders, ist es für mein Problem, dass ich lösen will, okay, wenn ich die ursprüngliche Formel durch die Formel mit den zusätzlichen Cs ersetze, bevor ich überhaupt anfange, die konjunktive Normalform oder irgendwas anderes zu bilden? Ja, und wenn das so ist, dann sollte man es auf jeden Fall so machen und die meisten Algorithmen für logisches Schließen oder praktisch alle, die mit solchen Normalformen arbeiten, verwenden solche Techniken, um diesen Blow-up, diese Explosion der Größe zu vermeiden. Okay, das war's mit den Normalformen. Damit ist der langweilige Teil, vor dem ich Sie gewarnt habe, war am Anfang der letzten Videos in der Logik geschafft. Es folgen wieder spannendere Teile zum Thema logisches Schließen, über das wir dann beim nächsten Mal anfangen wollen zu reden. Bis dann, tschüss und auf Wiedersehen. Bis dann, tschüss und auf Wiedersehen. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. tschüss. Vielen Dank.